Die Spezies von Chiarimundi, die Cereana, haben riesige Köpfe. Über die Jahre hinweg haben wir unterschiedliche Erklärungen dazu bekommen, wofür die so groß sind. Wir wissen, dass Cereana große binäre Gehirne hatten, die es ihnen erlaubten, zwei Seiten eines Aspektes gleichzeitig mit ihren Gedanken zu bearbeiten. Diese Denkleistung war aber anstrengend und benötigte mehr Blut als für Menschengehirne. Deswegen gibt uns Legends die Erklärung, dass in dem Hubbel oben am Kopf ein zweites Herz sitzt, was das Gehirn mit extra Blut versorgt. Kanon ist aber schwammiger. Der Kanon sagt auch, dass Cereana zwei Herzen bräuchten, gebt aber nicht an, wo das zweite Herz liegen soll. Es könnte da über dem Gehirn sein, es könnte aber auch irgendwo anders sein und der komplette Kopf der Cereana wird mit Hirnmasse ausgefüllt.